Die 6 besten Dosensets auf dem Markt Ich habe die Tupperware Butterdose Butterschatz Weiß C21 ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Sie sieht sehr elegant aus und hält meine Butter frisch und kühl im Kühlschrank. Sie ist einfach zu öffnen und schließen und hat genügend Platz für eine normale Butterverpackung. Ich mag auch, dass sie spülmaschinenfest ist. Insgesamt ist es eine großartige Ergänzung für meine Küche und ich würde es jedem empfehlen, der eine praktische und stilvolle Butterdose sucht. Ich habe das Amazon Basics Frischhalte-Dosen-Set gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Das Set besteht aus drei luftdichten Dosen mit jeweils 1,2 Liter Fassungsvermögen. Die Qualität des Materials ist sehr gut und die Dosen sind robust. Ich nutze sie hauptsächlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank und sie halten die Lebensmittel frisch und schützen sie vor Gerüchen. Die Größe der Dosen ist perfekt für Einzelpersonen oder Paare. Insgesamt würde ich das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr glücklich mit meinem Kauf der Vivares Vorratsdosen mit Deckel Luftdicht-Set. Die Dosen sind geräumig und perfekt für die Aufbewahrung von Lebensmitteln wie Müsli, Mehl und Zucker. Sie halten die Lebensmittel frisch und sind dank des luftdichten Deckels sehr praktisch. Außerdem sind sie BPA-frei, was für mich sehr wichtig ist. Das Set besteht aus insgesamt zwölf Dosen, was ich für einen sehr guten Preis finde. Die Aufbewahrungsbox ist auch sehr praktisch in der Küche und sorgt für Ordnung. Auf jeden Fall eine gute Investition. Ich bin sehr zufrieden mit dem QSEN Frischhaltedose mit Deckel 26-teiligen Set. Die Behälter sind aus Kunststoff und BPA-frei, was mir wichtig ist. Man kann sie in der Mikrowelle, ohne Deckel, im Gefrierfach und in der Spülmaschine verwenden, was sehr praktisch ist. Das Set enthält 13 Behälter und 13 Deckel, was für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend ist. Die Qualität ist gut und die Größen sind vielfältig, sodass ich ideal meine Lebensmittel aufbewahren kann. Ich kann das Produkt weiterempfehlen und würde es jederzeit wieder kaufen. Ich bin sehr zufrieden mit den Kitschli luftdichten Plastik-Frischhaltedosen mit Deckel. Die 18-teilige Vorratsbehälter hat sich als sehr praktisch erwiesen, um meine Lebensmittel in der Speisekammer aufzubewahren. Die Dosen sind auslaufsicher und halten meine Lebensmittel frisch. Ich kann sie auch in der Mikrowelle und im Gefrierschrank verwenden, was sehr bequem ist. Und das Beste daran ist, dass sie BPA-frei sind, was mir ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit gibt. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen kann, der auf der Suche nach einem praktischen und sicheren Vorratsbehälter ist. Ich habe vor kurzem das Klesbach 5er Set Kunststoff-Frischhaltedosen mit Deckel ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Die Dosen sind zu 100% dicht und eignen sich perfekt als Lunchbox, Brotdose oder für Meal Prep. Auch für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Gefrierfach sind sie geeignet. Besonders praktisch finde ich, dass sie in der Spülmaschine und in der Mikrowelle verwendet werden können. Die verschiedenen Größen sind ideal für unterschiedliche Lebensmittel und der stapelbare Aufbau der Dosen spart Platz in der Küche. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen würde. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.